Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei eurem MH2605 zu einer weiteren Folge Dishonored Und ich würde sagen, ab geht die Luzi Wir wollten ja letztes Mal hier reingehen Büro der Madame, ok Aha, leicht begleitete Frau hier am Start Und was zu lesen für euch Ich würde sagen, ab geht's 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 So, wir snacken uns jetzt hier mal was Oh, wieder was zum lesen hier, Alter Ich würde sagen, ab geht's Ich würde sagen, ab geht's Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Korbo? Korbo? Korbo, du bist jetzt Du trägst du eine Maske, um herumzuschlafen, richtig? Sie sagten mir, du wärst gekürbt im Gefängnis, tot wie Mutter Das scheint zu lange her zu sein, aber du bist nicht tot Wir können gehen, ich bin zweimal fast entkommen Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute Ich zeig sie dir Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm Aha Bevor wir hier gehen Mach ich erstmal was anderes Mach ich erstmal was anderes Und zwar werde ich hier unter anderem Ach, den lieben Herrn Hilf mir doch jemand Da haben wir schon mal den Schlüssel Da haben wir schon mal den Schlüssel So So Für irgendwas brauchen wir noch den Generalschlüssel Ne? Ich weiß aber gerade nicht mal für was Aber egal Und noch was zu lesen So 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 Das war's für heute. um fuck letzter speicherpunkt kaum spiel lädt wissen wir ok hier hat er also nichts mehr neues knochen artefakt ja 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 Was ist das? Oh, bitte. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, das gibt's. Ich könnte jedes Mal kotzen, Alter. Weißer, ey, der stirbt so schnell. Waffen zu mir! Weißer, ey, der stirbt so schnell. Nee, ich komme da drauf nicht klar, Alter. Weißt du? Mit ihren Schusswaffen, Alter. Ich habe keine Munition mehr, Alter. Ja, 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 irgendjemand! Ich brauche Hilfe! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nääääh! Verrotte im großen Nichts, du Schwein. Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Waffen! Absingelt ihn! Verdammter! 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 Aus der Schusslinie! Du wirst bluten, schweißen! Zurücktreten! Zier! Ja, haben wir es jetzt. Ja, dankeschön. Ne, haben wir es so nicht. What the fuck? Den Ernst? Warum ist denn das Spiel so dreckig gerade, alter? Diese Miesgeburten, alter. Jetzt lad! Endlich! Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Es wird etwas zugenommen, Fettchen. Für die letzte Zeit, verstanden? Langsam. Und nur auf meinen Kommando den Stromstoß aktivieren. Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Sollten wir sagen, warum? Die Pendletons sind hier nicht weit. Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen. In Tausende gestohlen. Du bist skrupelos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Ich habe ihnen gesagt, es sei nur Schwott. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf mal mit mir an. Wir sind fertig. Und konzentrier dich bitte. Wir sind fertig, habe ich gesagt. Rache, jetzt lass mich frei. Ich glaube, das war jetzt nicht so eine sinnvolle... Sinnvolle Idee, den Kunsthändler umzubringen. Aber ich denke mal, das werden wir auch nochmal später herausfinden, ob das so eine gute Idee war. Das gibt es nicht hier unten eigentlich. Das ist mal so. Oh, BH. Aha. Das ist wunderbar. Wo hast du das gelernt? In den Knall. Bitte, helf mir! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Alles klar, so kann man die Leute auch rumbringen, ne? Ja. 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 Ich glaube, da gibt es anscheinend dann doch nichts mehr so Wichtiges. Aber die haben ja alles hier in dem Freudenhaus, ne? Hilf mir doch! So, wir müssen jetzt der Emily folgen, quasi. Hier ist sogar noch ein Waschhaus, quasi. Kann das sein. Hier ist ein Scheißhaus. Eine Dusche. Noch eine Dusche. Okay. Cool. Haben wir alles hier, ne? Hilfe! 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 Hat man die früher wirklich Kurtisane genannt? Ja, ich glaube, von Assassin's Creed kenn ich das, ne? Hatten ja früher noch einen relativ, ich sag jetzt mal... einen relativ schönen Namen, ne? Heute heißen ja sonst wie, und ihr kennt die Wörter. Hier ist das Elixir für diese Woche, möge ich das hier aber hin. Okay. Schließ die Tür auf, damit wir von hier verschwinden. Dieses Haus. Zum Destillierbezirk gehen. Ziel erfüllt. Emily gerettet. Ja, hier waren wir ja schon. Samuel und Emily. So. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So 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 Ciao Leute, euer MH26105 und ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten